Es geht weiter. Ja. Ja, wir haben das Problem jetzt gelöst. Nee, war so klug, seine E-Taste auf ein Programm mit Fraps zu legen. Nein, hab ich gar nicht. Außer, nein. Das ist wahr, Fraps ist scheiße. Nein, Fraps ist toll. Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendjemanden beleidigt habe, der Fraps heißt. Da wirst du sicher ganz viele Anhänger stellen. Ja. Mir ist mal aufgefallen, dass ich lache wie mein Onkel. Ich lache da jetzt nichts zu. Ich habe den letzten Test nicht bis zum Ende mitverfolgt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Wisst ihr, wo ich war? Hast du was gesehen, ne? Ich habe draußen ein springendes Reh beobachtet. Die mit ihm Reh. Ey, ich würd, wenn du wie dein Onkel... Egal, ich würd mal dein Vater zum Vaterschaftstest springen, ne? Ja. Hahaha. Los, komm. Hast verstanden, was ich gesagt habe? Ja. Gott. Ach, dieses Wunderschöne. Halt, wie haben wir das? Hahaha. Das ist so geil, ey. Hahaha. Ach. Mach das Portal! Hahaha. Wie geil. Das ist episch. Okay, du musst das nochmal machen hier. Obwohl, ne, bleib du da. Und mach es jetzt, denkst du, ich mach hier auf. Wahaaaaaaaaaaah! Bäm! So. Ähm, ähm, äh, äh... Wie ging das nochmal? Prost, mach. Was? Hoch. Wie soll ich hier hochkommen? Du gehst jetzt durch Du gehst da hin Nicht an die Scheibe, sondern da, wo ich So, weißt du, was passiert, wie ich da durchgehe? Ja Ja, na und? Warte, stopp, 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 stopp Nichts machen, nichts machen, nichts Ah Ich hab doch gesagt, du sollst nichts machen Ja, was glaubst du, warum ich's gemacht habe? Du hättest da ein Portal hinmachen müssen Dann hätt ich da durchspringen müssen Zicken, dann geh ich halt wieder runter Genau, einfach nur ein Portal, das reicht Wohin? Das war unnötig Halt, wie geht das jetzt? Halt, ich hab ne Idee Oh, ich bin so blöd Ich bin so blöd, ich bin so blöd, ich bin so blöd Irgendwas machst du falsch, würd ich mal sagen Und wenn du's öfters machst, bringt das auch nichts Irgendwann bricht die Wand durch Ja, okay Jetzt versuchen wir, meine sinnvolle Lösung Ich weiße Okay Sag Doch nicht Ich kann tanzen Bam So, äh, ja Hier muss ein Portal hin Das war's mit dem Let's Play Da muss ein Portal hin Also nicht da, wo ich jetzt draufpinge Sondern auf die andere Seite halt Und da, wo's jetzt ist Ja, da kann ich ja schlecht hinlaufen Ach, ich geh mal runter Guck, ich kann so machen Oder doch nicht Okay Gehen wir's nochmal ganz professionell an Geh da mal durch Geh da mal hin Okay, jetzt setzt du da wieder zwei Portale Da oben Du weißt wo, ne? Mach mal Wie vorhin So Ja Hm Irgendwie müssen wir beide auf diese zweite Ebene kommen Das haben wir doch irgendwann mal schon mal geschafft Äh Mach jetzt Da ein Portal hin Aber warte Ja, gut Perfekt Ja, genau Warte Aber Dann sind wir genauso weit wie eben Nein, ich bin eine Ebene höher Nein Okay, lass mal Lass doch Lass mal Ach ja Ich dachte, du wärst wieder runtergesprungen Ich darf durch Egal wo's hingeht, ich darf durch Wuuu Okay, ich geh in die dunkle Kamera, das ist cool Ja gut, du gehst in die dunkle Kamera Bestimmt sehr spannend Bestimmt sehr spannend, bis öfters in die dunkle Kamera Oh, bist du blöd Was machst du? Ich, ich, ich war doch da Achso, ich sollte da oben bleiben Nein, Daniel, du solltest da doch nicht bleiben Äh, wie soll ich da hin? Du solltest, du solltest doch die ganze Zeit sinnlos durch die Gegend laufen Ja, sag dich auch Gold Du kannst ja damit's ein bisschen spannender aus meiner Kameraperspektive anmachen Ich auch Wir müssen irgendwie an den Ah, ich weiß Hier, ich bin hier gerade eingeschlossen Fast gar nichts zu melden hier Das machst du ganz toll, Daniel Ja 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 Also, ja, halt die Fresse Kann nochmal passieren Guck, ja, es liegt jetzt immerhin schon direkt unten Ganz toll, Daniel Blatt du in deiner Kammer Ja, hier ist ganz schön gemütlich Ich kann mit dem, kann ich mit dem Würfel auch Licht? Ja Haha Bleib da Rühr dich nicht vor ne Stelle Okay, komm rüber Wuhu Wisst ihr, wie er nach dem kleinen Knopf uns erlebt, der schwachsinnige Freudentänzer aufführt? Wie er da sind Und in allem so seht ihr gerade aus In euch steckt mehr In uns stecken Schaltkreise Ja, als in ihr Wieso kommt eigentlich immer nur dein Bauplan? Weil mein cooler ist und viel komplizierter In der Kürze liegt die Würze Ja Der Spruch hat dir auch immer öfters weitergeholfen Falls dein Selbstvertrauen noch unzureichend ist, denk daran, niemand ist von Anfang an perfekt Selbst ich hatte einen Markel, man gab mir zu viel Mitgefühl für Menschen Nein Nein, nein Aber ich habe mein Handicap überwunden, das meine ich ernst Ich will da rüber Ich darf da rüber Nö Ich darf da jetzt rüber Toll Darf ich? Bitte Warte, ich komme noch mit Wow, hast du es gesehen? Hier, lass die Portale stehen Lass die Portale stehen Ja Okay Warte Ich muss da auch Nein, die Portale sind scheiße Lass, lass Du musst selber Du musst die eigene machen Ach ja, und du musst da auch welche hinsetzen, ne? Ja, toll, wie soll ich? Ach egal Du musst jetzt eignen Ey, das ist eine Koop-Kampagne, ne? Wollt das nur noch mal erwähnen Ja Fein Oh, jetzt darfst du den Würfel holen Wieso ist der Pflicht auch jetzt? Du bist so scheiße blöd Du hol den Würfel Taktun, ey Wir wollen das hier vernünftig zu Ende spielen Nicht nur ne Kacke machen Ist ja gut Geh den Würfel holen Der kommt dann nämlich nicht hoch, du Arsch Der muss da auch nicht hoch Sonst sind wir so ein Arsch Bleib dabei Ich hab das wieder vernünftig gekriegt Bleib dabei Ohne mich hättest das nämlich nicht geschafft Dann wär ich hier hochgeflogen Ohne dich Da wär ich mir jetzt noch ein Millionär Los, mach Machs mich wieder unbeliebt hier und dann soll ich dir helfen Wenn ich so unbeliebt wäre, dann könnt ich auch das machen Fick dich Arsch Guck, ich schneid alles raus, ey Jetzt ist nicht mehr lustig, ne? Okay Ich weiß noch nicht mal, wo ich bin Da Da ist immer lieb, ne? Ach da Ich bin jetzt auch lieb Ich mach das jetzt nicht mehr, okay? Bin jetzt schon sauer Wie das wohl endet, wenn wir das Spiel durchhaben, dann spricht er bestimmt nicht mehr Nein, nein, nein Nein Wow Das ist gut Ach, weit Ach, wie, ey Ach, wie, oh Ich hab überlegt, ob ich das Vorteil nochmal umsetzt Aber ich glaub, dann wärst du böse Dann setz ich dich um Hallo So, äh, lo So Ich will rüber Nein, nicht mit Du, nein, nicht mit springen Ja gut, ich brech ab Nein, ich kann nicht abbrechen Ich geh wieder rüber Du bist jetzt in der Endlosschleife, ne? Ach, ne, doch nicht So, du musst mir Portale machen hier Obwohl, ne, mach ich schon Sehr gut Der Robot hat uns sogar gelobt, ja? Okay, du musst den Würfel fangen Das war ganz toll, Daniel Ich weiß nicht, wann ich den abfeuern muss Dann Jetzt Bin ich cool, ne? Glückwunsch zum Abschluss des letzten Tests Aber etwas beunruhigt mich Kann man ohne tödliche Konsequenzen überhaupt noch von Wissenschaft sprechen? Nein Das ist irgendwie genauso Wie es einschlagen Ach, egal Ah, toll, René Und weiter geht Was ich übrigens langsam so ein Gefühl habe, was ich nochmal erwähnen sollte Nein, wir sind nicht zurückgeblieben Hä? Du sollst keine Lügen erzählen Ihr seid wirklich viel zu langsam Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das? Blue Du bist das beste Robotermodell Dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat Ah, ich will Drei Ah, wir müssen, ich verstehe Ja Merkt man nichts von Drei Zwei Eins Auf die Nein, auf das andere Du musst auf das andere gehen Ah, ich verstehe Drei Hast du Warte, das ist jetzt nicht richtig Drei Zwei Eins Drucker Los Ich weiß nicht, ob ich diese Tatsache nicht hinfassen kann Nice Hier geht einer nach dem anderen auf Wo ist denn so ein Knopf, was man hier machen kann? Auf jeden Fall nicht Ah, da, da, da Ja, ich sehe schon Auf jeden Fall Aber du musst ja genau da ein Portal setzen So, dass ich da rein strahlen kann Ja, genau Ich mache das jetzt gleich, sobald die bösen Zacken weg sind Also, da, 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 da sind